Gute Morgen und herzlich willkommen bei Kuriosus am Natur- und Geopark, unserer Serie, wo wir erst kurz ein interessantes und wenig bekannte Fakten über den Natur- und Geopark Möllerdahl verraten. Ich befinde mich hier um Geocid Wanderberg 7. Schleif. Wenn es in Häuschen fehlt, dann ist das geschehen enorm beleuchtet bei Touristen. Für rund 200 Millionen Jahre waren aber noch nicht menschlich hier zu heuken, weil damals es gibt hier nämlich noch im Meer. Über Millionen von Jahren haben sich Sand an Taunen, aus dem Meer zu Sand stehen oder Märzeln gefestigt, die in der Region Möllerdahl am häufigsten vorkommen. Mit der Verdunstung von Meerwässern sind Kölnigsteen an Dolomiten an Sternen. All das verschiedene Stänge haben sich am Lauf von der Zeit als Schichten über den Inn aufgelagert und sich zu den Felsformationen entwickelt, die wir heute kennen. Die verschiedenen Stängsarten haben natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften. Während die beim Sand stehen, die Köln gesehen und so gut fühlen können, sind sie beim Märzeln so reing, dass die Stehen sich glatt auffühlt. Durch seinen höhen Ton geholt, dass sie monastabil wie der Sand stehen und kann dadurch auch keinen Felsfall bilden. Den Dolomiten dagegen vereint die positive Eigenschaften von den zwei Stängen, die wir für den Rücken sehen haben. Da stehen es engerseits glatt wie der Märzeln und einerseits aber so stabil wie der Sandstein. Enger der Weiß, für den Dolomiten vom Sandstein zu unterscheiden, aus den Tasten mit einem Glasblock zu machen. Der Quart, aus dem das Sandstück her bestehen, ist es hart genug für das Glas zu zerschrebsen. Der Dolomitogene besteht aus Mimmelmineralen, die mann hart sind mit Glas und du willst auch nicht zerschrebsen können. Das ist besonders an der Region Müllertal, dass die Stängschichten so an den Nähe leuen, dass sie quasi eine Schüsselform bilden. Dadurch finden in einem kleinen Raum viele Stängschichten bei den Nähen, die in der Region sich einzigartige Landschaften zu verdanken hat. Das war es dann auch schon für das Episode. Ich hoffe, ihr habt alle gute Apps dabei gelehrt und fremd mich, erst die nächsten Körnähe begreifen zu dürfen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR